Französische Bulldogge Heute dreht sich alles um die Französische Bulldogge. Ich habe für dich die 10 wichtigsten Fakten zusammengefasst und stelle dir die Französische Bulldogge vor. Bevor es losgeht, noch eine kurze Einleitung. Die Französische Bulldogge ist eine kleine, aber kräftige Hunderasse, die ihren Ursprung in Frankreich hat. Mit ihrem charakteristischen Aussehen und ihrer liebevollen, verspielten Persönlichkeit haben sie die Herzen von Hundefreunden auf der ganzen Welt erobert. In diesem Hunderasseporträt wirst du mehr über diese einzigartige Hunderasse erfahren und warum sie so viele Menschen begeistert. Geschichte der Französischen Bulldogge Die Französische Bulldogge entstand im 19. Jahrhundert in Frankreich aus einer Kreuzung von englischen Bulldoggen und regionalen französischen Ratterhunden. Die Rasse wurde schnell populär und wurde von der Pariser Oberschicht und Künstlern als modischer Begleithund geschätzt. Wesenszüge und Charaktereigenschaften Französische Bulldoggen sind bekannt für ihre freundliche, liebevolle und verspielte Persönlichkeit. Sie sind intelligent, anpassungsfähig und haben einen ausgeprägten Beschützerinstinkt. Diese Hunderasse kommt gut mit Kindern und anderen Haustieren zurecht, was sie zu idealen Familienhunden macht. Passt die Französische Bulldogge zu mir? Die Französische Bulldogge eignet sich gut für Familien, Paare und Einzelpersonen, die in einer Wohnung oder einem Haus mit kleinem Garten leben. Sie sind relativ pflegeleicht, brauchen aber regelmäßige Bewegung und geistige Anregung. Der Preis für einen Welpen von einem seriösen Züchter liegt zwischen 900 und 2000 Euro. Erziehung und Entwicklung des Welpen Französische Bulldoggen sind intelligent und lernwillig, was die Erziehung erleichtert. Mit einer liebevollen, konsequenten Erziehung und Sozialisierung werden sie zu treuen und folgsamen Begleitern. Eine positive Verstärkung und Belohnung fördert das Lernen und stärkt die Bindung zwischen Hund und Halter. Zum Thema Hundeerziehung und Welpen habe ich dir unter dem Video noch ein paar Tipps und Empfehlungen verlinkt. Bevor es weitergeht, falls dir dieses Video gefällt, dann abonniere doch den Kanal und du verpasst keine weiteren spannenden Hundevideos mehr. So, machen wir weiter. Wie viel Beschäftigung braucht die Französische Bulldogge? Die Französische Bulldogge benötigt tägliche, körperliche und geistige Auslastung, aber sie sind keine extrem sportlichen Hunde. Spaziergänge, kurze Spieleinheiten und Denksportaufgaben sind ausreichend, um sie glücklich und gesund zu halten. Gesundheit und Pflege Die Fellpflege der Französischen Bulldogge ist einfach, da sie kurzes Fell haben. Regelmäßiges Bürsten hilft, lose Haare zu entfernen und die Haut gesund zu halten. Die Rasse kann anfällig für bestimmte gesundheitliche Probleme sein, wie Atemprobleme aufgrund ihrer kurzen Schnauze, Hautprobleme und Wirbelsäulenerkrankungen. Eine verantwortungsvolle Zucht und regelmäßige tierärztliche Untersuchungen können dazu beitragen, das Risiko solcher Erkrankungen zu minimieren. Interessantes und Wissenswertes Die französische Bulldogge hat ihre eigene Fangemeinschaft, die Frenchies, als Spitznamen für die Rasse verwendet. Die Rasse hat auch einige Film- und Fernsehrollen gehabt, wie zum Beispiel in Due Date und Modern Family. Ihre Beliebtheit und ihr ikonisches Aussehen haben dazu geführt, dass sie oft auf Social Media und in der Popkultur zu finden sind. Größe und Gewicht Französische Bulldoggen sind eine kleine, aber kräftige Hunderasse. Sie haben eine Widerrisshöhe von etwa 30 bis 35 cm und wiegen zwischen 8 und 14 kg, wobei die Weibchen meist etwas kleiner und leichter sind als die Rüden. Lebenserwartung Die Lebenserwartung der französischen Bulldogge liegt zwischen 10 und 12 Jahren. Eine gesunde Ernährung, regelmäßiger Bewegung und tierärztliche Versorgung tragen dazu bei, dass dein Hund ein langes und glückliches Leben führt. Farbvarianten Die französische Bulldogge kommt in verschiedenen Farben und Mustern vor, wie zum Beispiel gestromt, fawn, rehfarben, weiß und peit, weiß mit farbigen Flecken. Es gibt auch seltene Farbvarianten, wie blau oder schokoladenbraun, die jedoch von einigen Zuchtverbänden nicht anerkannt werden. Das waren auch schon die wichtigsten Punkte zur französischen Bulldogge. Danke, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal, deine Hundefreunde von HundeFantastisch.